Hallo zusammen, ich hoffe es geht euch gut zu Hause. Ich bin der Evandro Trash hier, bin der bei der Glocke für zu Hause. Auch vielen Dank an allen hier, die das Ganze organisiert haben, das ist eine ganz tolle Chance. Ich mache akustische Instrumentalmusik, also ich singe nicht und ich sage auch wenig eigentlich. Von daher werde ich einfach mal spielen. Ich hoffe es gefällt euch und ihr seht wahrscheinlich jetzt im Video so einen Knopf unten. Das ist ein Spendenknopf, das für alle Künstler oder für eine Organisation, also die wir später mal wählen werden. Wäre ganz cool, wenn ihr drauf klickt. Es tut nicht weh und genau. Viel Spaß dabei und ich hoffe es gefällt euch. Danke. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Eigentlich habe ich zwei Gitarren mitgebracht, so dass ich nicht so viel umstimmen muss, aber ich muss trotzdem kurz... Nicht vergessen auf den Knopf zu klicken. Untertitelung. BR 2018 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und ich hoffe, dass die ganze Situation bald ein Ende bekommt Und ja, ich habe vergessen hier den Knopf unten drauf zu klicken Und genau, vielen Dank fürs Zuhören Ich hoffe, es hat euch gefallen Danke Da gibt es bestimmt einige Links dazu Danke Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vielen Dank! 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 Vielen Dank!